Jo Leute, was geht ab? Ich bin Sam wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich einen neuen Auftrag von Verdeckter Operation. Die vierte Phase, äh, auf jeden Fall die Phase, also, es gibt zwei Phasen, also der Auftrag ist auf jeden Fall die vierte Phase, aber es gibt in diesem Auftrag zwei Phasen, und zwar die erste Phase. Etablieren eine Gerätverbindung in Neubauen, einmal 30.000 XP, sind mal alle auf der Karte markiert. Äh, ihr müsst auf jeden Fall den Neubauen-Modus hier spielen, könnt Solo, Droh, Trio oder Teams, ist auf jeden Fall egal. So, zack, dann sehen wir uns gleich, wenn ich in einer Runde bin. Bis gleich, Leute. Ja, Leute, ich bin hier auf der Karte ganz genau, hier bei The Fortress, auf der Karte ganz genau, hier. Äh, so, zack, ist auf jeden Fall die Gerätverbindung. Die zweite Phase ist auf jeden Fall, platzieren Neubauen, Sprungladungen mit Zeitzünder an einem IO-Luftschiff. In Command-Carvert oder The Fortress. Ich bin hier auf der Karte ganz genau, hier bei The Fortress, hier ist auf jeden Fall, wie ihr sehen könnt, das Luftschiff. Und, ja, Leute, dann sehen wir uns einfach gleich wieder. Ja, Leute, auf der Karte bin ich ganz genau, hier bei The Fortress, hier bei dem IO-Luftschiff. So, zack, hier ist auf jeden Fall die Sprengladung. Einmal platzieren, haben wir eins oder drei. Ihr geht mal hier beim Seilrutsche einmal hoch. Läuft hier einmal mal entlang. Wir müssen auf jeden Fall zu der anderen Seite hier. Einmal hier runtergehen. Und dann seht ihr hier die zweite Sprengladung. Einmal platzieren. Jetzt läuft ihr hier geradeaus. Warte, dieser IO-Luftschiff. Und hier, Sprengladung, einmal platzieren. Drei von drei, äh, Auftrag abgeschlossen. Jetzt kehren wir mal zurück zur Lobby. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall alle vier Phasen von verdeckten Operationen abgeschlossen. Hier ist auf jeden Fall der Geheimhammer. So sieht er auf jeden Fall aus. So hört er sich an. Ganz nice. Einmal ausrissen. Das war's schon auch mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert gerne meinen Kanal. Lasst gerne, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Und ich würde sagen, dass ihr euch mit dem Video. Und ciao. Haut rein. Bis nächstes Mal, Leute. Tschüss, tschüss.